60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Johanna von Besonders Hamburg. Was machst du denn mit Besonders Hamburg? Ich veranstalte zwei Besonders-Märkte im Jahr und habe einen kleinen Laden. Und was für Märkte sind das? Das ist ein Markt für Design, Food und Handmade, also eine bunte Mischung, wo kleine Labels sich und ihre Produkte zeigen, präsentieren und verkaufen können. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Es hat wirklich 2006 angefangen, ganz, ganz klein, mit ungefähr zehn Ausstellern. Und das kam, weil ich selber Taschen genäht habe, aus Markisenstoff. Ist jetzt auch nicht mehr so in, aber genau, das habe ich gemacht. Und dann kam so eins zum anderen und irgendwie haben die Leute gesagt, ja, willst du die nicht auch mal verkaufen? Die sind so schön oder ich würde gerne eine kaufen, habe ich die an Freunde verschenkt und so. Und dann habe ich festgestellt, es gibt einfach viele, viele Leute oder damals gab es viele Leute, viele Mütter waren es auch, die irgendwie was Kreatives im stillen Kämmerchen gemacht haben und nicht wussten, was sie damit machen sollen. Nur verschenken war jetzt auch nicht so die Lösung. Und es gab wenig oder damals eigentlich gar keine Möglichkeit, die Sachen so zu verkaufen. Und dann hast du gesagt, mache ich einfach selber. Das zieht sich bei mir auch so durch. Es hat sich dann so ein bisschen ergeben und ich habe dann die Möglichkeit genutzt, ganz klein, im Eimsbüttler-Turnverein, eben mit so ein paar Leuten, die ich kannte, zu sagen, komm, wir machen jetzt irgendwie so einen kleinen Markt und haben Leute dazu eingeladen. Und dann ist es so ganz, ganz langsam gewachsen. Dann haben wir das mehrmals im Jahr gemacht und ja, irgendwie gab es eine Plattform. Also es war eine Möglichkeit einfach oder wir haben eine Plattform geboten eigentlich für die Label, um sich zu zeigen und eben auch was zu verkaufen. Also ganz klein, ganz spielerisch. Und jetzt muss man ja sagen, ist der Besondersmarkt ja schon eine Institution. Sehe ich auch so. Ja, tatsächlich. Also doch, findet jetzt ja seit 2018 unter dem Namen Besondersmarkt statt. Früher gab es Besondersschön und Besonderslecker. Und ja, auch das ist wirklich so ein ganz langsamer Weg. Aber mir war immer wichtig, dass es eine gute Mischung ist. Dass ich nicht jeden nehme, dass ich jedes Mal wieder neu gucke. Wie passt es zusammen? Dass es einfach eine bunte Mischung ist für alle BesucherInnen, die kommen und dass für alle, was dabei ist. Das war immer so mein Anspruch. Und gibt mal ein Gefühl für die großen Ordnung, wie viele AusstellerInnen und Besucher hast du an so einem Markt? Genau, also wir sind jetzt so 80 bis 90 Aussteller. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für Standgrößen die buchen. Und das können so um die, ja, zwischen 2.000 und 3.000 Besucher sein. Wir machen das auch nur an einem Tag. Das ist dann so ein Termin, zweimal im Jahr. Sehr cool. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. War bestimmt aber auch nicht einfach, oder? Nee. Also es gab wirklich viel Auf und Ab. Ich finde immer ganz lustig, dann komme ich mir immer vor wie 100, wenn ich sage, ja, damals gab es noch keinen Davanda und jetzt gibt es das schon nicht mehr. Also es ist so irgendwie auch ein bisschen verrückt, wenn ich selber so zurückgucke. Und es war eben überhaupt nicht so geplant. Also es war, ich habe nicht gedacht, ach, aus diesen 10 Ständen will ich mal einen großen Markt machen. Und warum glaubst du, hat es zum Erfolg geführt? Ich glaube, langsam wachsen ist so ein Schlüssel, der zumindest bei mir gut funktioniert hat. Also das war aber auch durch meinen, also durch die äußeren Umstände auch irgendwie, ging es gar nicht anders. Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ja, das war eine super Entscheidung, aber es war eigentlich gar nicht so eine Entscheidung, sondern es hat sich ergeben, weil ich hatte kleine Kinder, das musste halt irgendwie alles so drumherum passen. Und es gab dann auch, also eigentlich bin ich da hereingegangen mit einem eigenen Produkt. Und irgendwann war ich nie an meinem Stand, sondern bin immer irgendwo rumgewuselt und war mehr Veranstalterin. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das ist ja irgendwie Quatsch. Und so, wenn ich meine Produkte nicht selber verkaufen kann, weil ich nie am Stand bin, dann läuft irgendwas falsch. Und das war so der Moment, wo dann irgendwann auch die Überlegung war, mache ich überhaupt weiter? Also mache ich, will ich Veranstalterin sein? Will ich Taschen nähen oder will ich Veranstalterin sein? Und das war dann auch nochmal ein langer Weg. Aber das ist, glaube ich, so dieses, also da musste ich mir halt dann auch über noch mehr Märkte, es ging halt die ganze Zeit weiter. Und in der Phase habe ich aber überlegt, ja, was, also ist es das, was ich will? Und jetzt hast du noch einen eigenen Laden? Ja, der Laden ist ein Corona-Baby. Weil in der Corona-Zeit, ja, konnte ich keine Märkte veranstalten. Und ich hatte damals gerade zum ersten Mal ein Büro. Und also vorher habe ich immer alles aus dem Homeoffice gemacht. Dann kam Corona, dann sind alle ins Homeoffice und ich bin ins Büro, gerade andersrum. Und genau, und dann kam das so, weil man wusste ja nicht von Anfang an, dass man jetzt lange keine Märkte machen kann oder wie sich das alles entwickelt. Und ich habe dann einfach in diesem Büro so ein bisschen angefangen, den als Laden zu öffnen, was dann auch sehr schnell wieder nicht mehr ging, weil dann kam der Lockdown, dann war der Laden zu. Aber ich hatte schöne Schaufenster und die Leute haben so dieses Window-Shopping eigentlich ganz gut angenommen. Und im Nachhinein würde ich sagen, für mich war es einfach ganz wichtig, dass ich überhaupt was zu tun habe, auch in der Zeit. Also es ist auch so in der Rückschau eigentlich mehr, ja, also ist mir das so klar, wie wichtig das war, da ja was zu tun zu haben und wirklich nicht nur zu grübeln und zu überlegen, ja, wann kann ich den nächsten Markt machen und scheiße, was ist jetzt so. Und jetzt ergänzen Sie sich ja wahrscheinlich ganz gut, oder? Ja, ich muss es immer mal erklären, dass es nicht eins zu eins zusammengehört. Also so das, was es verbindet, bin ich letztendlich als Veranstalterin und Inhaberin vom Laden. Aber es ist nicht so, dass man jetzt im Laden nur Ausstellerprodukte kaufen kann. Und das ist manchmal so ein bisschen, also auch witzig, wenn Kunden und Kundinnen kommen, dass sie so fragen, ja, ach, das A, ja, den Besondersmarkt, den kenne ich auch und hat das was miteinander zu tun oder auch andersrum. Dass neulich eine Kundin im Laden war genau die, die kannte nur den Markt und ist zufällig in den Laden gestolpert. Und dann, ja, merken sie halt am Namen, vielleicht hat das was miteinander zu tun. Jetzt bist du ja auch schon lange selbstständig, richtig? Ja. Erzähl mal so ein bisschen über die Zeit, gab es wahrscheinlich Höhen und Tiefen. Was hat denn das mit dir als Mensch gemacht? Also ich hatte die Chance, dass ich so klein anfangen konnte. Ich glaube, das war einfach ganz, ganz gut. Und inzwischen könnte ich nicht mehr angestellt sein. Ich habe auch was ganz anderes gemacht, also eine ganz andere Ausbildung. Ich komme eigentlich aus dem sozialen Bereich. Und irgendwann war, oder relativ bald war klar, das will ich alles überhaupt nicht mehr. Also ich habe schon schnell gemerkt, dass mir das sehr liegt. Also dass ich sehr so, ja, einfach auch Freiheiten da genieße, aber andererseits mich auch anders beruflich entwickeln kann. So, ohne dass einer sagt, wie ich es machen muss. Und in den schwierigen Phasen, woher hast du die Kraft genommen, durchzuhalten und weiterzumachen? Also ich glaube, so Unterstützung durch Familie und Freunde und so spielte auf jeden Fall eine Rolle. Und ich war auch nie an dem Punkt, wo ich jetzt gesagt hätte, ich will das gar nicht mehr machen. Also ich glaube, auch da spielt so ein bisschen rein, dass ich irgendwie immer so im Flow so ein bisschen so rechts und links geguckt habe und sich die Sachen, die ich gemacht habe, ja auch verändert haben. Und dass das so geholfen hat, dass ich gar nie in so einem ganz tiefen Loch war. und dann entscheiden musste, sondern dass es so auf dem Weg passiert ist irgendwie. Und deswegen, jetzt würde ich ja auch sagen, Corona war für mich nicht so ein tiefes Loch letztendlich. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt einen Laden habe und das weitermachen will. Es gab ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele schöne Momente, aus denen du Kraft gezogen hast. Was sind denn solche Momente? Also auf jeden Fall, wenn ich ein halbes Jahr so einen Markt vorbereitet habe und dann kommen alle. Dann geht es so los, so die Aufbausituation und dann kennen sich viele und dann ist so dieses Gewusel und das ist eine ganz besondere Stimmung. Und das freut mich total. Und genauso auch, wenn der Markt zu Ende ist, ist es natürlich auch immer ein bisschen klar aufregend, weil man, ja, du weißt halt nie, wie es wird. Bestimmte Faktoren sind einfach unklar und damit kann ich inzwischen ganz gut umgehen, aber wenn es dann richtig gut geklappt hat und alle sind happy oder die meisten, natürlich gibt es auch immer Aussteller, für die es nicht so funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Damit kann ich inzwischen auch leben. Das ist auch was, was ich lernen musste, aber so, ja, wenn die dann happy sind und kaputt und alle wollen nur noch aufs Sofa, dann ist es für mich auch auch so ein, auch ein super schöner Moment. Was glaubst du denn, für wen ist die Selbstständigkeit der richtige Weg? Ja, also, was man schon können muss, also ich stotter jetzt, weil ich, weil ich überlege, kann ich das eigentlich? Aber es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft und gleichzeitig aber auch Disziplin. Also ich glaube, die Mischung aus den beiden Sachen ist es irgendwie. Ja, ne? Das macht es aus. Ja. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Und was würdest du Menschen mit an die Hand geben, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, es gibt nicht so Rezepte, weil ich glaube, sowohl die Produkte oder Labels oder wer auch immer das jetzt ist, die Menschen und das Produkt sind halt extrem unterschiedlich. Und ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt sage, ah, für mich war es genau richtig, so in diesem Flow und immer zu gucken, was kommt auf meinen Weg. Das funktioniert, glaube ich, nicht für alle. Da kann ich jetzt sagen, es funktioniert für mich. Also was, was, glaube ich, wichtig ist, dass man authentisch ist, auch wenn das so ein bisschen ausgelutscht ist und man das auch nicht richtig hören kann vielleicht. Aber das denke ich schon. Also so diese Leidenschaft, die man ja ganz am Anfang definitiv mitbringt, sonst würde man sich nicht selbstständig machen, denke ich, dass man die eben nicht verliert, dass man da die ganze Zeit authentisch ist und sein Produkt, ich nenne es jetzt einfach Produkt, weiterentwickelt, aber sich dabei halt nicht verliert. Und dass du konkret... Flexibel bleiben. Oh ja. Ja, ich glaube, das ist mega wichtig. Die Welt ändert sich schnell. Ja, haben wir alle gemerkt. Und ja, das ist... Und das weiß ich eben auch nicht, ob das jeder und jede kann. So, das... Also ich denke manchmal, ich kann es gar nicht anders, aber mir fällt es schwerer, wenn ich, weiß ich nicht, mich hinsetze und so. Ach, jetzt überlege ich mir mal ein Konzept. Das ist nicht mein Weg. Das kann ich gar nicht. Also das würde bei mir vermutlich nicht funktionieren. Und hast du konkrete Ziele, wo du noch hin möchtest? Ja, weiß ich auch immer nicht so ganz genau. Also ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ah, in zehn Jahren sehe ich mich da. Ich finde super, wenn es so weiterläuft. Also es kann im Laden gerne noch ein bisschen mehr werden. Also das ist... Der funktioniert noch nicht alleine, sozusagen, was okay ist, aber der darf noch wachsen. So bei den Märkten überlege ich immer mal wieder so, ach, gehe ich in andere Städte? Und das habe ich aber in all den Jahren schon so oft überlegt und bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich auch nicht der Weg sein wird. Mal gucken, was noch kommt. Cool. Also auch da bist du einfach flexibel und guckst mal, was sich so ergibt. Ja, weil ich auch das nicht so kann, klingt jetzt negativ, aber weil das, glaube ich, nicht so meine Art von Businessplanung ist. Das ist irgendwann, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Weg, dann einfach auch zu gucken, wie du es bisher ja auch gemacht hast, von welchen Opportunitäten ergeben sich. Guckst du, ob das passt, ob du dich danach fühlst und dann, wenn ja, dann machst du es und wenn dann halt aber auch nicht. Ja. Und auch da vielleicht nochmal so als Tipp für andere, nicht zu starr dann auf dem Weg zu bleiben, sondern eventuell eben auch zu merken, dass es nicht so funktioniert, wie man es gern gehabt hätte. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Ich freue mich darauf, deinen Weg weiter zu beobachten und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ich danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte. rufe. Tschüss. Ich darf dir nicht al so little Eggs, nicht al so informiert. Aber dass nicht diezeit oder auch ihn an